Und damit herzlich willkommen zurück zu Sausbock, die rektakuläre Zerreisprobe. Da schon ein bisschen Zeit momentan vergangen ist, bis ich wieder aufgenommen habe, ich momentan Weihnachten 2020, nein, Scherz, ähm, ich nehme an die relativ zeitnah wieder auf, damit immer pünktlich Folgen kommen. Zumindest versuche ich es. So, wir sind momentan in der Zeit hin und her gereicht und wir sind momentan in der Weihnachtszeit angekommen. So, wir standen letztens noch hier, aber jetzt gucken wir erstmal hier rein, was haben wir denn überall? Was? Human Centiped Mini? Ach Gott, da war ja auch, Gott, da waren wir noch Zeiten. Aha, da hätten wir so einen Opfertisch, da wären wir so aus dem Fight von letzter Mal noch. So, lass mal wieder reinkommen hier. Boogaballs, wer ist denn, wer? Okay, wie gesagt, ich kenne auch nicht alles. Es sind bestimmt bekannte Informationen, beziehungsweise bekannte Leute und alles. Leider kenne ich hier nicht alles. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Paket. Edgars Kleber und Klebeband, uh. Edgars Kleber und Klebeband wird hier verschenkt. Wir gucken erstmal die ganzen Geschenke rein. Ah, Nächstenliebe. So mögen wir das doch. Ja, nochmal. Nee, Kinder, das ist Nächstenliebe. Der zeigt dem Mann, der da unten auf dem Boden liegt, zum Beispiel seinen Stock und seinen Schuh von unten drunter, damit er gucken kann, ob die Sachen dreckig sind. Es ist nett von ihm, weil er ihm das angeboten hat, deswegen. Das ist ganz normal. Weißt du? Gina! Gina, es tut mir leid! Helga! Sie heißt doch Helga! So, kann jemand machen? Hallo? Wenn, ich mach mit. Ja, das reicht. Mach mal voll viel Spaß. Mir rutscht gleich die Hand aus. Mir auch. Ich lege ich über... Schmer ab! Okay. Den kann ich gar nicht hauen, Lord. Da. So, wir sollen in die berüchtigte Abtreibungsklinik. Hallo. Hallo. Oh. Ey, Katzi. Gib mal Katzi. Gib mal mal ne Dröhnung. Komm, gib mir ne Dröhnung. Stell dich nicht so an. Was ist denn hier los? Noch ein Paket. Schlau-Geschenkel. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, mir ist schlecht. Toll. Ich wollte gerade sagen, es wird der Video nicht monetarisiert. Wird es ja sowieso nicht. Also von daher. Komm nochmal zurück. So, kann man hier überhaupt irgendwas machen? Mensch. Nichts sind die bis hier aber auch nicht schön vertreten. Was gibt's denn hier? Ei des ewigen Lebensrezept. Wir müssen mal eben ganz kurz hier reingucken. Sehr schrecklich. Ähm. Ist genau so stark wie die anderen Sachen, die wir auch schon haben. Toll. Na toll. Aber nochmal hier. Artefaktor 100. Kostüme. Wir haben neue Kostüme. Sollten... Ich weiß nicht mehr, wann wir uns das letzte Mal umgezogen haben. Ich glaube, ich verwarne... Also ich lasse das erstmal noch ein bisschen an. Und irgendwann ziehe ich mich auch nochmal um. Mitch Conner Hut. Wird das eigentlich sogar mal passen. Moment, gibt's denn... Gibt's denn Mitch Conner Anzug? Da würde ich mich umziehen. Mitch Conner Anzug. Was könnte zu einem Mitch Conner passen? Das hier. War für coole Anzüge. Habe ich denn wirklich einen anderen Anzug? Habe ich die überhaupt jemanden mal angehabt? Oder Supernova Anzug? Die kommen mir gar nicht bekannt vor. Die hab ich auch noch nie angehabt. Sieht cool aus. Ich lasse da was mal noch. Hallo? Du erinnerst mich an meine Schwester. Ich hab so einen Drang, dich zu beschützen. Dankeschön. Kenne ich meine... Ähm... 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 Wie heißt denn? Kenny. So. Fick dich, du Wichser! Selber. Minute Man. Ne, wie hieß du denn nochmal? Ähm... Mysterien. Ich vergesse den Namen mal. Entschuldigung. Mysterien. Ähm... So, können wir nichts machen? Oh, hier ist ein Schneemann. Und hier ist ein Rentier. Oder wie andere sagen, ein Rentier. Was ist denn hier los? In welcher Woche bist du denn? In welchem Monat? Im 18. Ne, ganz ehrlich, was wollt ihr hier noch? Also... Nun. Kann ich mal durch? Ich muss... Ich muss... Ich muss mal durch. Hallo. Ne, Version. Kenny. Was soll der Scheiß? Ja, ja, ist ja gut. Und du? Moment. Okay, ich geh ja schon... Oh Gott. Oh. Oh. Geh mal rein. Hey, weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Ha, ha. Nein, bitte. Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja. Er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's neuer. Bring uns zurück. Okay. Heilige Scheiße. Hä? Wenn ich nicht aufpassen würde? Scheiße, wunde Arsch! Wenn ich nicht aufpassen würde, bestimmt. Okay. Du kriegst das hin! Ja, ja, ich weiß. Ich probiere es. Es ist gar nicht mehr so einfach. Moment. Tut mir ein bisschen weh. Irgendwann nicht konzentrieren. Es geht. Ich hoffe, es funktioniert. Ich probiere es aus. Oh. Was? Ähm. Ist er mein Mann so von Anfang an? Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheiß-Dasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Äh, deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Äh, hä, hä, hä. Hä, 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 ja. Ähm. Hol dich selbst ein. Wat? Was? Wird, weit, 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 offenbar. Mal ganz kurz. Was? Wir sind in alternativen Zeit... Wieso muss ich momentan so viele Spiele spielen, wo es um Zeit geht? Offenbar bist du in einer alternative Zeitlinie. Kunstergram unterstützt noch keine aktiven Aktivitätsfeeds aus mehreren Zeitströmen. Toll. Danke. Äh, Kunstergram. Wo habe ich mich überhaupt angemeldet? Vichy! Ich hoffe, du kennst mich noch. Der Rechner ist immer schon mit raus. Was, was haben wir denn hier? Hm, Mensch. Oh, 24%. Ja. Ist, glaube ich, wieder ein Stück zurückgegangen, weil wir ja jetzt in der Vergangenheit sind, aber es sieht schon... Oh, wir haben Stoffbrennen bekommen. Okay, wir kriegen doppelt Loot. War da. Wir kriegen doppelt Loot. Können mehr um den Klo gehen? Uh, wir kriegen doppelt Loot. Doppel-Loot. Du doppelt gut. Doppel, 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 Loot. Hallo? Hey, 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 kleiner. Wir unterhalten uns gleich. Ich muss jetzt im Kühlschrank gucken. Hallo? Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Mensch, du hast ja wieder alle Arme. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Weinen, schmeinen, sag ich immer. Ne, mach weiter so. Tschüss. Leute mit zwei Armen. Kleiner. Ähm. Kühl. Es ist New Game Plus. Wir spielen da nochmal durch. Wuhu, wuhu, neuen New Game Plus. Geil. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir momentan haben. Keine Ahnung, ich hab die Liste nicht auf. Wuhu. Es fängt von vorne an. Es fängt von vorne an. Freut euch. Aus dem Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, wir blöden Jahre. Kein Scheiß, ich bin's, Crack. Fick dich, ich bin Crack. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei. Und zu unserem König. Ne, ne. Och, come on. Wie siege den König. Euer Ernst? Also, ganz ehrlich. Wenn das wirklich ganz am Anfang von dem Spiel ist, dann sind die aber noch relativ low. Und dann müssen wir die eigentlich nur umpupsen. Mal gucken, ob das so ist. An unserem König kommt ihr nicht vorbei. Ihr kapiert das anscheinend alle nicht. Das ist nicht nur irgendein Spiel. Och Mann, genau deswegen haben wir keine Mädchen mehr spielen lassen. Was ist denn jetzt? Das hatte ich aber vorher am Anfang nicht den Skill. What? Ich bin Hexenmeister. Wie cool ist das denn? Scheiße, wieso muss der so weit kommen? Aua. 3000 AP? Wieso so denn 3000 AP? Okay, ich besiege ihn nicht selber. Irgendwie. Ihr besiegt unseren König nicht. Die Fugen feiern dich bestimmt gerade an, Callgirl. Ich muss nur den König angreifen, also mich selber? Okay. Sieh dir das an. Geh mal ins Handy rein, Kleiner. Oh. Ich zerschmetter sie für dich, König. Sollte man sich nicht daran erinnern, wenn man schon mal gegen sich gekämpft hat? Also ich erinnere mich schon daran. Ich meine, egal. Egal. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich mache keinen Damage mit ihm, sondern... Pass mal auf, wir machen das anders. Wir gehen hin und geben ihm ein Schildchen. Hier, bitte. Das hat folgenden Grund. Pass mal auf. Meine Batterien sind bloß leer. Wir müssen uns bald besiegen. Ja, 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 ja. Besiegen, beschmieden. Pass mal auf. Wir gehen mal hin und machen hier mal so ein Schümmchen. Deswegen. So, König. So, König. König ist nochmal dran, damit ich gehört. Was ist denn jetzt hier? Besiege den Kriegerkleid? Was ist denn hier? Oh Gott, wo bin ich denn hier? Heil dem König! Ich nehm's mit dir auf! Ich! Kannst du auf mich zählen? Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Was? Zeig dir, was du drauf hast! Uh! Das macht er mit! Und zwar bei allem! Mann, der hat ein Schild gehabt. Das ist gemein. Oh, ärgerlich. Hm, doof. Ah, ärgerlich, doof. Ups. Ich geb mir ein bisschen Blut. Mach das. Ähm. Womit sind wir da mal nicht denn dabei? Womit ist... Womit ist, womit ist mit Kohl gehört? Und warum ich dich nicht dabei? Und das hier. Ja, ja. Hm, 107. Wur ist das nicht von 03. Das ist das schon spät. Aber du kannst dir das alles ersparen, wenn dir der Freude suchst, die nicht scheiße sind. Komm auch mal sum sum. recht bewahren unschuldige schützen moment gehen wir mal eben ganz kurz hin die musik ist cool warum hab ich dich dabei fällt mir jetzt auch erst mal auf weil das mit 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 jugendkeit okay wir sind auf jeden fall wieder folgeheilt das gefällt mir auf jeden überlegen immerhin ist man weg du bist nicht dran du bist dran neuer ulti ist bereit das ist eine aufgabe für den lustigen schurken des königs allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten vergangenheit du bist höricht wenn du das glaubst kreak und chino jutsu auch wie cool ist es denn das ist ein ernst das ist allein für die kürze gegen das wer sie geht den dieb kreak mit kreak ich helfe ich bin dann das dritte rad wie cool ist es denn einfach nicht um Ähm, oder mit Burzeln war er zwei weg? Weiter kommen wir nicht rüber, oder mit Burzeln war er erst mal zwei weg, ne? Und im Moment, ich hole einfach die Ulti. Moment, was macht denn die Ulti? Damit haben wir drei schon mal weg und der andere ist auch schon mal bald komplett weg. Hm, hm. Oder wir haben einfach alle weg. Ne, ich möchte ihn mit da hinten mit Damage machen, auf jeden Fall. Weil 685 Damage. Wie weit aus der Zukunft kommt ihr? Oh, viele, viele Tage. Go. Drohendistoyer. Ups. Oh ja. Wieder auf Aufschlag. Fertig. Oh, scheiße. Tapfer gekämpft, Kamerad. Ich werde dich rächen. Wachen des dunklen Hofes helfen mir, diese Arschlöcher zu besiegen. Raar, für den König. Ja, für den König. König schmö nicht, sag ich mal. Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Wow, Vergangenheitskarl hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey. Besiege den Hochjuden. Äh, keine. Gut. Was wird denn jetzt? Oh, oh. 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 Am wichtigsten ist ja erst, dass er erst mal weg ist. Von daher. Shit. Echt gut gemacht. Naja, ging so, ne? Wird besser sein können. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir denn die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Äh, brennende Haare. Mir ist der Blut aus Vergangen. So, was kann ich mit ihm jetzt machen? Uh, finischen. Ja, warum? Dann machen wir das doch mal. Keine Gnade. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. So. Verzeih, mein König. Ich habe versagt. Oh, Mann. Das packe ich schon. Komm, Paladin. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Was wird denn werden? Wir sind zurück. Knie nieder vor dem König. Besiege den König. Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat Superhund gefurzt und ein Lob in die Kunde zergerissen. Lasst Koygall mal ran. Gut, machen wir. Wir müssen den König besiegen. Wir haben alle so viel AP, obwohl er schon so tut, als ob er gar nichts mehr hat. Der guckt schon so komisch deprimiert. Okay, König. Geh mal hin, die. Von Destroyer. Ja. Was denn jetzt? Och, komm, hör auf. Mach doch auf mit dem Kappes. Das macht doch nicht alles wieder neu. Das ist ein Witz, oder? Die könnte sich jeder nochmal angreifen von denen, oder? Aber die Brüssel gehen einfach weg. Oh, nein. Das wäre ja schrecklich. Mein Zaubkrüstel steht offen vor, Staunen. Alter, mach mal halb lang. Genau. Ne. Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Na ja, eure JRPG-Regeln sind in der Schraube. Zeig keine Schwäche. Aber sonst läuft's noch, oder? Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Wenn ich das von dem verpünften, von dem vernünftigen Punkt aus machen könnte, würde ich es ja tun, aber... Ich komme nirgendwo dran. Nein. Na ja, gehen wir auf die Seite. Ich komme nicht genug. Ich will den wegbratzeln und den will ich 318 machen. Hm, kacke. Unsere Zukunftsäge sind echt zäh. Ja, wir sind nicht von gestern. 182 heilig. Ich bin gerade mal überlegen. Warte mal, wir haben ja noch solche lustige Sachen. Warte, machen die denn? 305... Oh, oh, warte. Moment, was macht das hier? 300. Wir haben ja so ein paar lustige Sachen, die könnte man ja theoretisch mal nutzen. Okay, Kite, wenn du in den nächsten 5 Sekunden nichts machst, gewinnen wir automatisch. Scheiß machst du. Die hätten wir noch nicht gehabt. Von daher. Oh, shit, nein! Ja, bitch, du bist tot. Alter. Hohohohohohohoho. Das ist übel. Wieso gibt es... Wie Heilung? Wieso Schild? Supermech wird gestartet! Kann ich verarschen? Hm. Hm. Ich würde mal sagen, ich tausche die Position mit dem Neuen. Der soll mal ein bisschen nach hinten gehen, weil der hat ja schon ordentlich gefressen. Von daher. Hier rüber! Ich glaube, kann er einmal noch ohne tanken gehen. Ich bin mehr heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann. Mikroaggression! Schlag ihn! Vorwärts, König! Los, Wunderarsch! Pfff! Nee, nee, gefällt mir nicht. Macht das zu viel Damage. Einmal aussetzen, bitte. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Hm. Oh, das macht allzu wenig Damage. Das Problem an der ganzen Sache ist, danach ist er dran, danach bin ich wieder dran. Ich glaube, ich muss danach echt eine große Heilung raushauen. Mal gucken. Okay, aber erstmal schmeiß mal die Ulti an. Flashmob! Hey, endlich darf ich Schnapp der Wahrheit spielen! Oha! Los, Wunderarsch! Ich glaube, ich brauche die Heilung. Die brauchen wir alle. Sonst kommen wir da echt nicht durch. Und wir haben noch so viel Blutungsschaden drauf. Boah! Ich muss da nicht reinhauen. Bereit für ein Wunder? Judenfahrtfinder Ehrenwort! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde! Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein! Boah! Das ist jetzt mal so gut. So, Blutungsschaden müssen eigentlich nicht aufwachsen, oder? Nicht? Na, Blutungsschaden ist noch drauf. Na toll. Oh, hört doch mal auf! Oh, ich bin auch in Blutungsschaden, oder? Oh! So, Kollege. Würde ich es mal sagen? Du würdest es mal weg. Ja, machen wir sie platt! Ich lasse es jetzt krachen. Nein, nein, bleib doch mal schön stehen, neuer. Tupatornado! Aus dem Weg! Was steht denn? Aber ich bin so weit nach hinten gedrückt. Was wird das denn jetzt hier? Hallo? Uuuuuh, ich bin 100! Was? Hat hier jemand Callgoy gerufen? Ich will sie mich verrascheln. Ich habe so viel Damage gemacht. Oh, ey, da hast du nicht ohne Grund gemacht, ne? Oh, verdammt, Mann. Das hat viel zu wenig Damage alles. Ich muss ihn wiederholen. Moment. Wenn ich ihn wiederbeleben kann, kann ich ihn auch von hier aus wiederbeleben, oder? Ähm, maximale Wiederbelebung. Oh, bin ich dran? Jetzt, Moment. Komm mit. So. Okay. Schauen wir da. Mein Problem ist, das ist einfach immer viel zu viel Damage. Ich glaube, ich gehe einfach mal hin und setze das Ding da hin. So. Können Sie sich damit jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Vorsicht, König! Ey, Blutungsschaden ist echt übel. Jetzt setzt's was! Verdammt, das reicht nicht. Hm. 219. Ich bin gerade am überlegen. Heilung. Boah, da drücke ich mir erstmal in Heilung rein. Ich müsste den erstmal auch... Ich muss den Damage machen. Ich müsste ihn aber auch... Oh nein, danach kommt schon wieder Keil dran. Hm. Ich kann ihm keine Heilung geben. Lass nur alle an dem Neuen finden. Ich finde die dumm und faul. Halt die Klappe. Ich kann ihm nichts zum Heilen geben. Shit. Was für ein Wunderarsch, den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausradiert! Ich bin drin! Oh nein, 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 nein. Das tut auf jemole weh. Finger weg von meinem Callgirl! Das ist so übel. Zum bitte! Aus dem Westen nähert sich der Zorn, das kalt! 318. Ich muss ihn ausprobieren. Mir wird mir das dann nicht übrig. Ich könnte ihn heilen, aber ich muss... Wenn weh er ist, dann ist er als nächstes dran mit den Ultidern. Gar keiner mehr. Danach ist einfach nur noch... Es sind einfach nur noch die dran. Die sind so und so danach einfach dran. Ich müsste ihn theoretisch heilen, sonst gibt er mir gleich um. Nach ist Callgirl dran, danach könnte ich mit ihr die Ultidemar machen. Ich muss die beiden erst mal heilen. So. Jetzt kommt er näher. Wo macht er denn jetzt? Ey, macht er den einfach kaputt. Tully, wie hast du den Hammer? Oh nein, hier ist er dran. Nein, 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 nein. Das ist tot. Das ist so weit von tot. Scheiße. Kacke. Wer lebt nur? Alter. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. 930 HP hast du noch. Komm, komm, mach genug Damage. Komm, mach genug Damage. Ich muss mit ihm zumindest auf Seite gehen, weil der gibt mir gleich um. Massenheilung habe ich nicht mehr irgendwas oder so. 450. Das ist auch zu wenig. Das ist einfach viel zu wenig. Darf ich auch mal in den Tupper weg? Nein, die Klappe. 562. Nein, das reicht auch nicht. Ich muss doch, ich muss doch irgendwas haben, was genug Damage macht. 562 und die Dinger kritten, glaube ich, nicht, oder? Hm, was jetzt? Ja, wäre damit weg. Moment. Moment, 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 Moment. Ich müsste ihn. Ich muss jetzt ganz gut überlegen, sonst ist halt hier gleich alles richtig. Ihm mache ich Damage, Ihm mache ich Damage. Was Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, ob ich es danach noch überlebe. Kalkuliere die bestmögliche Strategie. Weil ich kann keine Zeit zurücksetzen, nicht. 562. Keine Ahnung. Weil die machen danach einfach alle Damage. Moment, stimmt, Moment, warte mal ganz kurz. Da steht ja noch einer rum. Den habe ich ganz übersehen. Der versteckt sie dahinter. Was mache ich jetzt? Gehe ich auf Seite? Heil mich? Muss, da muss Kohl, Kohl, Girl dran glauben, oder? Und wie kann ich da denn abbrechen? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Warum benutzt sich jeder Insulin, um Superkräfte zu kriegen? Ich stelle mich hier hinten hin. Ich versuche... Ich hoffe, dass ich da nicht getroffen werden kann. Und ich muss mich heilen. Dass ich den Hagel irgendwie ausweichen kann. Und ich habe... Ich muss den König irgendwie besiegen. Oder... Ne, geht auch nicht. Ich bin mir überlegen, die Position mit ihr zu tauschen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind hier immer abwechselnd dran. Also mach schon, sonst dauert das noch ewig hier. Klappe. Wenn ich die Position mit ihm tausche, kriegt der 182er Schild. Sie ist weiterhin am Bluten. Wir probieren es aus. Dann muss er halt irgendwie versuchen einzustecken. Komm, go. Ja, sie ist außer Gefahr. Der hat ein Schild bekommen. Ich hoffe, dass sie außer Gefahr ist. Nein, ist sie natürlich nicht. Warum ist denn da scheiße... Warum ist die Klappe so groß? Ja, natürlich heilst du jetzt. Oh, natürlich ein Schild. Mhm, klar. Wart das? Oh nein, nein, nein. Der macht keinen Scheiß, Kleiner. Nein, der ist tot. Nein, was ist denn deine Kack-Ulti? Wenn ich dir jetzt eine drüber berate. Sag mal, Kollege. Du musst doch jetzt mal irgendwie down gehen, oder? 450? 562? Das kann doch einfach nicht wahr. Ich muss mich... Danach ist er wieder dran. Und er macht einfach seinen Pfeilhagel. Ich muss mich heilen. Die Spannung bringt mich um. Ja, mich auch. Was ist denn, wenn ich wehmer Winner belebe? Wenn ich jetzt... Sag mal, ich gehe hin. Warte mal. Wenn ich jetzt hingehe und den Neuen wieder belebe, kann er dann sofort die Zeit resetten und ist sofort instant dran? Damit wir den Pfeilhagen zumindest auswählen. Ich habe keine Ahnung, was gut ist. Aber sie kippt mir gleich da hinten oben. Weil sie hat Blutungsschaden drin und ich kriege gleich nochmal einen Schlag ab. Wir sind die Beine eingeschlafen vom Rumstehen. Halt die Klappe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mache dem nicht genug Damage. Ich mache dem mit nichts genug Damage. Ich weiß nicht, ob die beste Idee ist. Keine Ahnung. So ein Zündung müssen wir eine Fight nochmal machen. Für 250 kriege ich den nur rein. Scheiße. Er ist aber instant dran. Das packst du schon. So. 360 kriegst du rein. Moment mal, ganz kurz. Bevor du auf ganz dumme Ideen kommst, kleine Renten. Dann gehen wir noch ein bisschen zurück. So. Von da aus geht's. Damit du nicht nochmal auf so dumme Ideen irgendwie kommst. Ja, da geht noch was. So. Was machst du jetzt vor? Nein, du gehst da drüben hin. Was machst du jetzt? Alter, mach keinen Scheiß. Mach einfach... Ich kann doch nicht was haben. Nein, bitte kipp mir jetzt nicht da hinten um. Kipp mir bitte da hinten jetzt nicht um. Ich hätte da Ding resetten sollen, glaube ich. Ich muss mich heilen. Jetzt bin ich gleich weg. Ich hätte eine Fightlogger resetten können einmal. Ich habe es nicht dran gedacht. Scheiße. Ich Idiot. Ja, okay. Und was macht er jetzt? Was machst du denn? Okay, das ist nicht so viel Damage zum Glück. So, Kollege. Pass mal auf. 192 Damage. Hat sich noch nichts dran geändert. Wenn ich dir jetzt damit einen reindrücke... 345... Hatte ich dich gerade mal gehört gehabt, weil man mehr Damage macht? 300. 375. Ich habe Angst, dass er gleich dran ist, der Neue... Ich baue am Achenland eine Kissenburg. Ich habe Angst, dass der Neue gleich dran ist und mir einfach eine reindrückt. Und ich bin einfach instant weg. Weil ich mich nicht mal gegen gehalten habe. Aber ich kann mich aber auch nicht gegenhalten, weil es einfach nichts bringt. Weil wenn er 800er Damage macht, dann bin ich einfach weg. Kann ich nicht doppelt dran sein? Ich könnte den Neuen nochmal wieder beleben. Wart mal. Wie es den Lakaien wohl geht. Okay, komm, komm mal her. So, darf ich resitten? Ich hoffe, dass ich resitten darf. Jetzt bin ich so mit ihm... Oh, ich darf resitten. Danke gleichfalls. Das schaffen wir jetzt. Pass auf. Wir resitten. Und zwar... Gehen wir hin. Der darf ich nicht nochmal benutzen? Doch, darf ich einmal im Fight. Okay. 375. Ist unser Neue voll funktionsfähig? Wir abziehen wir nicht langsam. Es kommt direkt auf uns zu. Es kommt direkt auf uns zu. Ne. Ne. Willst du mich verarschen? Butter ist auf damit. Nein, 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 nein. Nein, habe ich gesagt. Du bist nicht dran. Der will was von mir. So, Kollege. Ich muss jetzt den kompletten Schaden auf ihn konzentrieren. Drei hundert. Die braven Jungs sind halt einfach viel zu langsam. Klappe. Go. Für Valhalla. Hau rein, Neuer. So. Das macht nur 240. Warum macht das denn alles mal so wenig Damage? Ich kotze ins Essen. Ich kann nicht normalisieren. Dann ist er dran und brotzt und sei einfach weg. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich kann nichts mehr benutzen davon, oder? 240. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Vielleicht überlebe ich es dadurch. Ich habe gedacht, da hätte ich es jetzt mit. Ich habe auch keine Ulti bis jetzt. Fehlt mir 7%. Mit der Ulti hätte ich es aber auch. Mach Kacke. Jetzt habe ich die Ulti. Na, tolle Wurst. Oh nein, Wendy ist tot. Nein, nein, mach keinen Mist, Neuer. Mach keinen Mist. Bitte nicht, Dattelhammer. Ich bin tot. Ach, leck mich doch. Du. Du.